Hallo, ja, ich freue mich sehr, dass so viele gekommen sind, dass das Thema so großes Interesse hervorruft. Ich fange jetzt mal an und übergebe dann nachher an meine Kollegin Anais. Es geht um Outreach generell, aber vor allem um Outreach in digitalen Formaten und in digitalen Kontexten für Kulturinstitutionen. Ich sage gleich dazu, dass wir mit Kulturinstitutionen natürlich einen sehr großen Begriff gewählt haben. Wir reden jetzt hauptsächlich von Museen, weil wir mit den Museen am meisten bisher gearbeitet haben. Das lässt sich sicherlich sehr gut übertragen, was wir machen auf sammlungsbasierte Institutionen, zum Beispiel auch Bibliotheken, auf Theater sicherlich auch. Aber wir machen das jetzt mal am Beispiel der Museen, weil es dann auch spezifischer und klarer wird, worum es eigentlich geht. Ich fange mal an mit mir selber, mit mir selber nicht als Präsentator der Kulturbotschaft, sondern mit mir selber als Museumsbesucher, als Nutzer einer Kulturinstitution. Ich wollte mir noch mal Gedanken machen, bevor es losgeht, worum geht es denn eigentlich und was habe ich für Erfahrungen im Museum gemacht. Und ich habe ein Bild gefunden von mir aus dem Jahr 2016. Da bin ich auch noch ein bisschen jünger. Da war ich mit meiner Frau in Madrid und wir waren natürlich in Prado einen ganzen Tag lang. Und das war für mich ein unglaubliches Erlebnis, endlich eines meiner absoluten Lieblingsbilder dort zu sehen, Las Meninas von Diego Velazquez. Das werdet ihr wahrscheinlich alle kennen. Und man hat das zigmal auf Reproduktion gesehen. Es gibt ja ganze Bücher über dieses eine Bild, weil es so geheimnisvoll und so vertrackt und so atmosphärisch auch ist. Und ich war dann dort und habe ein Selfie gemacht vor dem Bild und ich habe das Selfie auch schon mehrfach gepostet in Social Media. Das war für mich so, als ob ich irgendwie einen Promi treffe oder jemanden, den ich schon ganz lange kenne, den ich bewundere. Und ich wollte das gerne im Selfie festhalten. Und ich glaube, dass mein Verhältnis zu diesem Objekt im Museum war in dem Fall relativ klar. Ich war damals bei einer Kunstzeitschrift. Ich bin also Kunstjournalist, interessiere mich für Kunst, bin bei Velazquez in Saal 16 und mache ein Selfie. Also der Bezug dieses Objekts zu mir und meine Rezeptionshaltung war relativ klar. Jetzt ganz frisch vor zwei Wochen habe ich ein anderes Museumserlebnis gehabt, völlig anders hier in Berlin, in Neukölln. Es gibt ja in Berlin die wunderbaren Bezirksmuseen. Also alle Bezirke haben Museen, die die Geschichte des Bezirks den Leuten nahe bringen. Und ich war in Neukölln, weil mich das sehr interessiert hat, weil ich das einen sehr interessanten Bezirk finde, obwohl ich dort nicht wohne. Das Museum Neukölln ist sehr schön gemacht. Es hat zwei Räume, nicht besonders groß, aber sehr liebevoll gemacht. Und die haben Objekte gesammelt aus der Geschichte von Neukölln und haben sie dort in Vitrinen aufgestellt. Und man kann dann über einen Rechner mehr Informationen bekommen. Und ich habe am stärksten auf diese sehr unscheinbare Milchtüte reagiert. Berlin, guten Morgen, unsere Milch frischt auf. Was hat das in mir ausgelöst? Ich habe in den 90er Jahren in Berlin studiert und diese Milch immer gekauft damals. Also mir war einfach diese Packung wahnsinnig vertraut. Das war Teil meiner Studentenzeit bei Bolle damals noch. Das war eine Supermarktkette in Berlin, die es auch nicht mehr gibt. Und ich habe, glaube ich, 25 Jahre lang diese Milchpackung nicht mehr gesehen. Und dieses Exemplar ist extrem gut erhalten. Und es hat in mir irgendwie so einen sentimentalen Schub ausgelöst. Ich habe es dann auch fotografiert, habe es Karin gezeigt. Karin und ich haben ja damals in Berlin zusammengewohnt am Anfang. Karin hat auch sofort gesagt, natürlich, klar, so sah die aus. Das war eine Neuköllner Meierei, die diese Milch produzierte und die es schon längst nicht mehr gibt. Auch hier ist mein Verhältnis zu diesem Objekt relativ klar. Ähnlich wie bei Velázquez, aber vielleicht auf eine ganz andere Weise. Dieses Objekt gehört zu mir. Das gehört zu meiner privaten Geschichte. Auf einmal finde ich das im Museum wieder und mir fallen Geschichten dazu eines Löstwas in mir aus. Und meine Identität ist mit diesem Objekt verknüpft. So, dann habe ich in dem gleichen Museum Neukölln noch ein drittes oder jetzt für diese Präsentation ein drittes Objekt gefunden. Diese Mütze hier. Diese Mütze wurde produziert von SchülerInnen der Rüttli-Schule in Neukölln. Und die ist sehr berühmt. Die ging eine Zeit lang durch die Medien als Sinnbild der heruntergekommenen Schule mit vielen Migrantenkindern. Angeblich ganz schlimme Gewalt und es wurden ganz furchtbare Bilder dieser Schule durch die Medien gegeben. Und die SchülerInnen dieser Schule haben darauf reagiert, indem sie Rüttli-Wear erfunden haben. Eine angebliche Modemarke. Und unter anderem diese Mütze gehört dazu. Und dieses Wort auf der Mütze ist hier in arabischer Schrift heißt einfach nur Rüttli. Und ich habe dieses Objekt auch mit großem Interesse angeschaut und habe mich damit beschäftigt. Fand das sehr clever und sehr smart, wie sie das gemacht haben. Also die SchülerInnen jetzt. Aber dieses Objekt gehört nicht zu meiner Identität und zu meiner Geschichte so stark wie vielleicht die Milchtüte oder der Velazquez. Das ist eher eine Geschichte von diesen SchülerInnen und von Menschen mit Migrationshintergrund in Berlin. Und ich gucke da genauso drauf, ich erfahre was darüber, aber ich habe eine andere Beziehung dazu. Ich studiere das eher oder interessiere mich dafür. Ich ordne das nicht so stark meiner eigenen Identität zu. Ich habe es trotzdem fotografiert. Ich wollte es euch jetzt mal zeigen. Ich habe dann mit dem Herrn gesprochen, der dort regelmäßig aufpasst in dem kleinen Museum und habe ihn gefragt, ob denn auch Leute kommen aus Neukölln, ist ein Bezirk mit sehr vielen Migrantenfamilien, migrantischen Hintergründen, ob die eigentlich auch ins Museum kommen. Gerade wo auch diese Mütze hier ist, die ja ihre Geschichte zum Teil erzählt. Und er meinte, nee, eigentlich nicht, wenn man ehrlich ist. Und die Frage, die man jetzt hier, die ich gerne stellen würde für diese Stunde hier am Mittag, ist, warum eigentlich nicht? Warum kommen die nicht? Wollen die nicht kommen? Wissen die nicht, dass das da ist? Weil in dem Moment, wo ich diese Mütze sehe, weiß ich ja, das Museum hat erst mal alles richtig gemacht. Man hat verschiedene Perspektiven, verschiedene Gruppen dort drin. Diese ganzen Gaben, diese Leihgaben in dem Museum kommen von Leuten aus Neukölln. So, also warum kommen bestimmte Gruppen nicht? Warum trifft man immer wieder die gleichen weißen, männlichen, weiblichen BildungsbürgerInnen in Museen? Und wie kann man das vielleicht ändern? Ganz kurz ein Blick in die Geschichte des Museums. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen die Museen öffnen, wir wollen Outreach machen, wir möchten die reinholen, dann bewegen wir uns damit in der Kontinuität des Europäischen Museums. Also Öffnung ist quasi die Grundidee, dass es überhaupt Museen gibt. Hier auf dem Sheet sieht man das Museum Fridericianum in Kassel. Die meisten werden das mit der Documenta verbinden, weil da eigentlich immer was stattfindet zur Documenta. Es ist aber auch eines der ältesten Museen überhaupt auf diesem Planeten und in Europa erbaut 1779. Ganz am Anfang wurden da die Kunstgegenstände der hessischen Landgrafen, also fürstliche Sammlungen, gezeigt für das Bürgertum. Das war eine der ersten Öffnungen, dass man gesagt hat, da können nicht nur Leute vom Hof oder irgendwelche Gäste aus anderen Monarchien rein, sondern nein, ihr könnt da alle rein. Ihr könnt alle jederzeit euch diese Kunstgegenstände angucken. Das war der Beginn einer revolutionären Entwicklung, die zu dem Museum geführt hat, das wir heute kennen. Natürlich ein großer Schub durch die französische Revolution 1789, der Anfang vom Ende des Feudalismus, der Aufstieg des Bürgertums. Das Bürgertum hat dann auch die alten Kunstsammlungen umarmt, Kultur zum Öffentlichen gut gemacht. Und immer wieder dieser Begriff, der arbeitet seitdem wie so eine Maschine in unserer europäischen Geschichte, Egalität, Gleichheit. Alle Menschen sind gleich. Und daraus folgt natürlich, dass auch alle Menschen eigentlich gleichen Zugang haben sollten und vielleicht sogar gleiche Mitsprache, die gleichen Stimmen, die gleichen Möglichkeiten, Egalität. So, ganz praktisch, was heißt das? Also im 19. Jahrhundert entstanden dann überall Kunstmuseen, so wie wir sie heute kennen, wo man einfach hingeht, einen Eintritt zahlt und dann reinkommt. Und der praktische Effekt von Öffnung von fürstlichen Sammlungen war, dass es auf einmal feste Öffnungszeiten gab, dass man also einfach immer reinkonnte, wenn man wusste, wann die sind, feste Eintrittspreise und dass die Dinge im Museum für das Publikum aufbereitet wurden. Das waren so die ersten Schritte. Hier ist ein Foto vom Eingang zu den Vatikanischen Museen. Also selbst die wirklich päpstlichen, sehr exklusiven Sammlungen des Vatikan wurden irgendwann genau auf diese Weise für das Publikum geöffnet, sind sie bis heute. Man denke nur an die vielen Touristen in der Sixtinischen Kapelle. Öffnung hat aber auch bedeutet, dass pädagogische Maßnahmen eine große Rolle gespielt haben. Also welche Funktion haben Museen eigentlich für eine Gesellschaft? Und das wurde sehr stark so interpretiert. Ja, im Museum, da lernt man eigentlich etwas darüber, wie Dinge auch sein sollten. Also Bildung, Volksbildung hieß das dann früher, Normenvermittlung, ästhetische Normen, inhaltliche Normen. Hier sieht man eine Aufnahme aus der DDR, 1958 im Deutschen Hygienemuseum in Dresden. Allein schon der Name, Deutsches Hygienemuseum gibt es ja bis heute, ist heute sehr reflektiert und doppelbödig in seinen tollen Ausstellungen, die dieses Museum macht. War früher, glaube ich, sehr viel pädagogischer. Es kam dann nochmal in der Bundesrepublik ein Schub in den 80er Jahren, noch weiter zu öffnen, noch die Schwelle noch mehr zu senken, noch weniger nur die Bildungsbürger anzusprechen. Von Hilmar Hoffmann, der war eigentlich nur in Anführungszeichen Kulturdezernent in Frankfurt am Main, also ein städtischer Kulturakteur. Und der hat aber ein Buch geschrieben, das extrem einflussreich war, Kultur für alle, Perspektiven und Modelle. Das hat die ganzen 80er Jahre über bis später auch noch extrem für Furore gesorgt. Also seine Credo war, niedrige Schwelle, überall hingehen, Leute reinholen ins Museum, auch im Fernsehen auftreten, in Massenmedien und kein Dünkel haben, kein Bildungsdünkel verströmen. Nochmal ganz kurz, weil ich selber immer relativ schnell in die kulturgeschichtlichen, in die Stadtmuseen und auch natürlich in die Kunstmuseen gehe, wollte ich nochmal einmal sagen, was es eigentlich alles gibt. Das ist keine vollständige Liste, aber das Spektrum einmal abzugehen, über das wir hier reden. Heimatkundemuseen, darunter zähle ich auch Stadtmuseen und Regionalmuseen. Die sind Vorreiter in Outreach, das muss man mal ganz deutlich sagen. Die bemühen sich sehr, sehr deutlich um ihr Publikum, gerade in Deutschland. Kunstmuseen, Design- und Architekturmuseen, Schloss- und Burgmuseen, da ist der Ort dann auch mit ausgestellt. Naturkundliche Museen waren von Anfang an sehr wichtig, auch schon damals in Kassel wurden Naturgegenstände ausgestellt. Historische, archäologische, kulturgeschichtliche Spezialmuseen. Ich habe hier ein Foto vom Museum of Broken Relationships, ist eins meiner Lieblingsmuseen in Zagreb, in Kroatien. Da wird einfach gezeigt, Objekte, die mit Trennungen zu tun haben, sehr schönes Museum. Virtuelle und digitale Museen spielen auch eine Rolle. Ja, dann nochmal, bevor wir ins Outreach gehen, die Frage, wie klassischerweise eigentlich Museen mit der Außenwelt kommunizieren. Natürlich erstmal über das, was sie ausstellen und wie sie ihre Sammlung präsentieren. Das ist eigentlich die wichtigste Aussage. Wenn du zu einem Museum, wenn das ein Mensch wäre und du würdest sagen, worüber sprichst du, wie sprichst du, würde ich sagen, über meine Ausstellung. Das ist eigentlich die Aussage des Museums. Aber hinzu kommen natürlich Marketing und Werbung, Plakatierung, Anzeigen etc., Öffentlichkeits- und Pressearbeit, damit es in den Medien besprochen wird. Und die Kulturvermittlung, also alles, was so in dem Bereich Führung, Audio-Guide, besondere Programme für Schulen, vieles, was jetzt mit Outreach zu tun hat, findet in der Kulturvermittlung eigentlich auch eine Quelle. Weil das da natürlich seit Jahrzehnten gemacht wird, dass man sich genau Gedanken macht über die Zielgruppen. Und ja, das ist das Setting, so wie es sich entwickelt hat. Und jetzt sind wir ja schon tief im 21. Jahrhundert. Jetzt kommt auf einmal dieser Begriff Outreach und den wird meine Kollegin Anne ist jung jetzt mal genauer vorstellen. So, genau. Wir steigen jetzt mit dem Begriff erstmal ein. Das Wort Outreach hat verschiedene Bedeutungen. Als Verb beschreibt es hinausreichen, übertreffen oder überwinden. Und als Nomen kann es Reichweite bedeuten, aber auch das Zugänglichmachen von hier Informationen oder Dienstleistungen an Personen, die sonst ausgeschlossen sind. Und dieser Begriff, der stammt ja eigentlich aus dem Anglo-Amerikanischen. Doch auch im Deutschen sehen wir ihn jetzt in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Also in Wissenschaft, Politik, in der sozialen Arbeit auch viel oder in der Wirtschaft. Aber hier in der, also allgemein geht es dabei immer um Maßnahmen, die Organisationen ergreifen, um aktiv Menschen erreicht zu erreichen, die bisher aus verschiedenen Gründen nicht an ihrem Angebot teilhaben können. Und in der Kultur bezieht sich das eben auf die Öffnung der Kulturinstitutionen für neue Besucher in Gruppen. Und auch in der Kultur gibt es dann verschiedene Definitionen, die sind nicht ganz eindeutig. Wir haben hier jetzt mal eine mitgebracht aus dem Buch Museen und Outreach von Ivana Scharf, Dagmar Wunderlich und Julia Heisig. Das Buch können wir euch auch empfehlen, falls euch die Theorie des Themas mehr interessiert. Ich würde die Definition jetzt einmal da reingehen. Outreach ist ein systematischer Prozess, bei dem die Kulturinstitutionen strategische Maßnahmen abteilungsübergreifend plant, durchführt und evaluiert, um Gesellschaftsgruppen einzubeziehen, die das Kulturangebot aus unterschiedlichen Gründen nicht eigeninitiativ wahrnehmen. Dieser Prozess bewirkt eine Veränderung in der Haltung der Institution, der Diversität des Personals, ihrer Programmgestaltung und Kommunikation. Ziel ist eine diversere, die Gesellschaft widerspiegelnde Besucherschaft. Also das ist eine sehr volle Definition hier. Wir haben hier den Begriff der Diversität nochmal hervorgehoben, denn darum geht es eigentlich beim Outreach. Also wir haben ja eine sehr heterogene Gesellschaft und bei Outreach geht es darum, dass diese Heterogenität der Gesellschaft auch in den Kulturinstitutionen repräsentiert wird. Das heißt, dass alle Mitglieder der Gesellschaft an der Kultur teilhaben können und auch so in den Kulturinstitutionen stattfinden. Wir wollen hier jetzt nicht so tief in das Thema Diversität eintauchen, aber wollten nochmal betonen, dass Diversität eben viele verschiedene Dimensionen hat. Da gibt es hier dieses Modell, das Diversitätsrat oder Diversity-Rat und da wird es schön veranschaulicht. Wir haben hier die inneren Dimensionen, das sind Merkmale, die eigentlich kaum änderbar sind. Das kann die Herkunft von der Person sein, Geschlecht, Hautfarbe, sexuelle Orientierung, Alter, aber auch Merkmale wie körperliche und geistige Fähigkeiten. Und drumherum gibt es dann noch viele weitere Merkmale, die teilweise sich verändern können, aber eben auch Teil von Persönlichkeiten sind und somit Diversitätsmerkmale sind. Und diese verschiedenen Merkmale sind dann miteinander verschränkt und wirken aufeinander ein. Genau, jetzt hier die Frage, wie ernst ist die Lage, also wie steht es aktuell um das Publikum in der Kultur? Ich frage das jetzt hier mal so provokativ und schließe eine Studie an, die jetzt erst im Dezember veröffentlicht wurde. Und zwar gab es da in Berlin diese aktuelle Untersuchung der Bevölkerungsbefragung zur kulturellen Teilhabe. Und da wurde eben analysiert, wie das Publikum da gerade aussieht. Und ja, wie zu erwarten, hat sich gezeigt, dass es besonders seit der Pandemie nicht gut um die Publikumssituation in den Kulturinstitutionen steht. Und ja, interessant ist dabei, dass es einen Rückgang bei den Zahlen zwar allgemein gibt, aber es lohnt sich auch nochmal auf die Zusammensetzung dieses Publikums besonders zu schauen. Denn darum geht es auch bei Outreach. Also es geht nicht nur um die Zahlen und wie viele Menschen tatsächlich kommen, sondern wie sieht dieses Publikum aus. Und es zeigt sich eben, dass seit der Pandemie besonders die Älteren fernbleiben, das heißt die über 70-Jährigen. Und außerdem kommen die Jüngeren nicht wirklich nach. Das heißt insbesondere die Menschen unter 30 fühlen sich von den klassischen Kulturangeboten nicht abgeholt. Und was sich auch gezeigt hat, dass es besonders die selten bis nie Besucherinnen sind, die seit der Pandemie noch weniger Interesse an den Kulturangeboten haben und deren Besucher sich noch weiter reduziert haben. Das heißt, alle Bemühungen, die es davor gab, um die kulturelle Teilhabe, die wurden durch die Pandemie nochmal zurückgeworfen. Ja genau, da ist die Frage jetzt, wie kann Outreach jetzt hier ansetzen? Was ist zu tun? Also da gibt es verschiedene Strategien. Das hier ist jetzt eine Aufteilung, die kommt auch nochmal aus dem Buch, das wir vorhin erwähnt haben. Und was getan werden sollte, kommt immer auf die Institution an und auf deren Ausgangsbedingungen. In dem Buch, da gibt es eben die drei Kategorien School Outreach, Community Outreach und digitales Outreach. Und diese verschiedenen Formen können auch kombiniert oder miteinander ergänzt werden. Ralf wird gleich intensiver noch über das digitale Outreach sprechen, aber nochmal zu den ersten beiden Kategorien School Outreach. Da geht es darum, in Schulen auf das Museum aufmerksam zu machen. Und das hat schon eine sehr lange Tradition. Bereits 1903 gab es vom American Museum of National History so einen School Service, also ein Verleihangebot mit Ausstellungseinheiten für Schulen. Und solche Formate gibt es auch heutzutage noch in dem Sinne, also Museumskoffer, mobile Museen oder Wanderausstellungen oder Programme, bei denen ko-kreativ mit den SchülerInnen zusammengearbeitet wird an den Ausstellungen. Und in Deutschland gibt es da auch ein prominentes Beispiel, das ist das Jüdische Museum in Berlin mit seiner Initiative on Tour. Und das ist ein Bus mit einem mobilen Museumsangebot, der dann die Schulen besucht. Zu Community Outreach, genau, es geht darum, Communities anzusprechen. In ein Community, da geht es um Individuen, die sich einer oder mehreren gesellschaftlichen Gruppen zugehörig fühlen. Und wichtig dabei ist, dass das Museum eben in die Öffentlichkeit hineinwirken soll, aber eben auch andersrum. Also, dass die Communities auch in das Museum hineinwirken. Und die Formate hierfür können sehr ähnlich sein wie beim School Outreach, also wie bereits genannt, und können aber auch noch, auch beim School Outreach, so ums Digitale erweitert werden. Genau, ein berühmtes Beispiel ist in Deutschland das Stadtlabor unterwegs vom Historischen Museum Frankfurt. Und zum digitalen Outreach habe ich euch jetzt nur noch ein kleines Meme mitgebracht. Einfach als Hinweis, dass es beim digitalen Outreach um noch viel mehr geht, als ums Marketing für Ausstellungen. Also, wir haben auch nichts gegen TikTok oder so, aber dazu wird euch Ralf jetzt auch noch mehr erzählen. Ja, vielen Dank. Was ist digital Outreach? Wie verstehen wir das? Und wie sollte man das vielleicht weiterentwickeln in den nächsten Jahren? Wir haben dazu ein paar Ideen und Vorschläge und haben uns auch immer erst mal umgeschaut, was es bisher gibt. Von da aus dann ein Blick in die Zukunft, wie es weitergehen könnte. Das Erste, was einem so einfällt, sind ja digitale Medien, zum Beispiel Podcasts. Das ist was, was man gut machen kann, was auf eine Art naheliegend und natürlich auch clever ist, dieses Medium zu nutzen. Das ist ja ein Massenmedium geworden. Allein auf Spotify sind 3,6 Millionen Podcasts zu finden. 70.000 davon sind deutschsprachig. 38 Prozent der Deutschen hören mindestens einmal im Monat Podcasts und das Ganze ist günstig im Vertrieb und natürlich eigentlich auch in der Produktion. Man kann es einfach dann online stellen und dann kann man gefunden werden. Was bewirken Podcasts? Also wenn man jetzt aus digitaler Sicht draufschaut, dann ist es zwar ein digitales Medium, aber noch sehr stark der Logik Sender, Empfänger verhaftet. Also insofern passt das eigentlich ganz gut in das Setting der meisten Kulturinstitutionen, die es ja schon gewohnt sind, ihre Inhalte an Leute zu bringen. Das kann man mit Podcasts sehr gut machen. Das machen auch sehr viele Museen. Es gibt allerdings keinen Rückkanal. Man ist also dann so ein bisschen, man kann auf die Analytics gucken. Man kann schauen, bis welcher Minute Leute gehört haben und hat auch eine Statistik über Geschlechter und so. Man hat schon so eine Art Marktforschung. Was es aber nicht so wirklich gibt, ist eine Vernetzung. Das muss man einfach sagen. Dennoch sind Podcasts im Kontext Outreach eine Möglichkeit, bestimmte, sehr spezifische Gruppen zu erreichen. Und ich möchte gerne mal drei Beispiele nennen, wo ich das Gefühl habe, die haben sich Gedanken gemacht, wen sie eigentlich außerhalb der klassischen Museumsklientel erreichen möchten. Das war einmal Rembrandt Habibi, schon etwas älter, 2020. Das war für mich damals ein echtes Erlebnis, das zu hören. Sowas hatte ich überhaupt noch nie gehört. Amina Assis ist eine Journalistin mit einem Migrationshintergrund, ich glaube ägyptisch. Und sie hat über Rembrandt gesprochen aus postkolonialer Perspektive. Wie sieht man eigentlich diese Bilder, so ähnlich wie ich auf die Rüttli-Mütze gucke, mit einem bisschen Befremden guckt. Dann auch jemand mit einem Kenntnis über arabische Kultur auf Rembrandt-Bilder, wo die Leute dann Turban tragen. Und diese Perspektive hat sie so atemberaubend spannend und interessant dargelegt. Und in mehreren Folgen in einer ganzen Staffel thematisiert. Das war wirklich, also muss ich sagen, hat mich bis heute sehr beeindruckt. Dann Finding Van Gogh, ganz berühmt, zigfach ausgezeichnet. Das ist eine große Produktion, richtige Audioproduktion mit Hörspielanspruch. Ein Krimi, wie findet man dieses Bild? Bild ist das Dr. Gachet von Van Gogh vom Städel produziert in Frankfurt. Pointe, man findet es nicht, aber es war trotzdem interessant, das zu hören. Und jetzt ganz neu, die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden hat einen Podcast namens Kunstcouch gelauncht, den ich auch sehr schön finde vom Ansatz. Da geht es darum, psychologische Themen. Also ein Therapeut spricht über bestimmte Themen, die uns bewegen, Angst, was auch immer. Und das wird aber aufgehängt an Bildern aus der Sammlung und wird in Verbindung gebracht mit Kunst. Das ist dann sozusagen Outreach in dem ganz privaten Bereich. Dennoch, das sind digitale Formate, aber das ist nicht digital in der Herangehensweise. Digitalität bedeutet Vernetzung. Und einfach nur Podcasts ins Netz zu stellen, ist erstmal nicht wirklich konsequent digital. Deswegen hier nochmal ein paar Worte dazu, wie wir Digitalität verstehen. Jeder ist Produzent und Rezipient zugleich. Also in dem Moment, wo ich digital unterwegs bin, bestimme ich das Geschehen mit. Und wenn es nur ein Like ist oder ein Kommentar oder einfach nur die Tatsache, dass ich es nutze, alles das beeinflusst das Produkt selbst. Ich bin also auch gleichzeitig Produzent. Ich bilde ein Profil in den Social Media. Das ist mein digitales Selbst. Und das ist der Ausgangspunkt, über den ich mich da mit anderen verbinde, auch mit Themen verbinde, mit Communities verbinde. Es finden sich leicht Interessengruppen, weil es sehr leicht ist, diese Fokuspunkte im Netz zu finden und sich dort anzuschließen. Außerdem helfen Algorithmen bei der Assoziation. Ganz wichtig ist in dem Zusammenhang TikTok. TikTok hat dieses Gebiet nochmal revolutioniert, weil TikTok dich gar nicht fragt, ob du irgendwie mit wem befreundet sein möchtest, sondern TikTok merkt, wie lange du bestimmte Videos anguckst und liefert dir dann andere in der Richtung, so dass du teilweise unterbewusst merkst, wofür du dich eigentlich interessierst, weil du Sachen lange angeguckt hast. Auf einmal kriegst du Dinge geliefert und denkst, oh, interessant, aber wusste ich gar nicht, dass mich das interessiert. Also Algorithmen spielen eine große Rolle. Jetzt wollen wir ja wieder zurück zum Museum und zur Kultur oder auch zur Kunst. Und wir haben jetzt erstmal geguckt, was gibt es eigentlich im Netz an Communities, die sich mit Kunst und Kultur beschäftigen und wie sehen die eigentlich aus? Ich glaube, wenn man sich die anschaut, kann man davon viel lernen, kann die dann wiederum auf spezifischere und diversere Communities übertragen. Das wäre das, was die Museen dann zum Beispiel machen könnten. Also eine typische Fan-Community habe ich jetzt mal rausgesucht. Ebo ist ja eine deutsch-türkisch-kurdische Rapperin aus München, hat eine sehr interessante eigene Community, die sich hier auch wiederfindet auf ihrem Instagram-Account. Das ist aber ein sehr typischer Fan-Account, also da wird zum Beispiel ein neues Video oder ein Live-Auftritt oder sowas gestreamt. Das heißt, die Leute kriegen dort Material von ihr. Es findet auch in den Kommentaren viel Austausch statt, aber ich würde jetzt Ebo's Account als relativ klassisch einordnen. Sehr viel intensiver und communityhafter war das, was Igor Levit in den Jahren 2020 bis ungefähr 2023 bei Twitter heute X gemacht hat. Das war die Corona-Zeit weitgehend und da hat er das Community-Building in Social Media für Kultur nochmal neu erfunden, würde ich behaupten. Vor allem durch seine Hauskonzerte. Er ist ja klassischer Pianist, spielt sonst Bach, Beethoven, vor großem Publikum in einem Saal, in einem großen Saal. Und jetzt saß er zu Hause und war im Lockdown. Und was hat er gemacht? Er hat sich eine Kamera gekauft und die auf das Klavier gestellt und hat es live übertragen und hat jetzt ungefähr 180.000 Follower im Moment. Und damals waren das, glaube ich, auch schon fast so viele. Und was ich hier vor allem an ihm toll und interessant fand, war die Art, wie er die Leute angesprochen hat. Also hier dieser Tweet hier aus dem November 20, ich möchte wieder für euch spielen. Die Zeit ist gerade so finster und viel trauriger, als ich erwartet hatte. Und Momente, so kurz sie auch sein mögen, die einfach Schönes geben, sind wichtig. Also dieses Emotionale, dieses, ich habe Sehnsucht nach euch, ich möchte für euch spielen. Das ist einfach, ja, heute Abend 19 Uhr, habt einen wunderbaren Abend bis morgen. Und dieses Direkte, was er gemacht hat, das war revolutionär und das würde ich ganz dringend sich genau anschauen, wenn man Projekte macht für Communities. Es geht auch um Gefühle. Es geht nicht nur darum, jetzt irgendwelches Material zu liefern für Kultur. Auch sehr interessant der Account von Banksy, der Streetart-Künstler, den man ja als bürgerliche Existenz nicht kennt. Er hat deswegen diesen schwarzen Punkt als Identitätsfoto Banksy kontextualisiert auf seiner Seite, seine Kunst. Also er macht ein Streetart-Künstler, fotografiert das, stellt es auf seine Seite und damit beginnt eigentlich die Wirkungsgeschichte des Kunstwerks. Hier geht es ganz frisch um den Krieg im Gazastreifen. Den hat er kommentiert mit diesem Stoppschild. Also er will, dass das Bomben aufhört. Und in seiner Community war sofort die Hölle los. Das ist natürlich ein Thema, das gerade sehr viele interessiert. Und er stößt sozusagen das an, dass man dann über diesen Nahostkonflikt nochmal neu und anders in einem ganz anderen Kontext spricht. Ja, das waren ja lebende Künstler. Die stehen dann auch im Mittelpunkt dieser Communities. Es gibt aber auch Communities, die sich von selbst bilden, die sich um die Kunst von selbst magisch scharren. Und das ist eine Sache, die uns hier in der Kulturbotschaft extrem fasziniert hat. Franz Kafka auf TikTok. TikTok hat ja das Image, da tanzen nur 13-Jährige oder 15-Jährige und alles super oberflächlich. In Wirklichkeit, wenn man den Hashtag Kafka-Booktalk eingibt, findet man eine unglaubliche Vielzahl an Menschen, die sich mit Kafka beschäftigen und nicht nur mit dem Käfer, sondern auch mit seinen Tagebüchern, mit seinen Liebesbriefen, mit seinen Romanenfragmenten. Und Kafka selbst war ja jetzt nicht unbedingt der Community-Typ, der viele Menschen um sich versammelt hat. Er hat eher die Aura des Einsamen gehabt. Und diese Einsamkeit wird oft thematisiert. Das heißt, in der Paradoxie, es treffen sich dort Menschen, die sich einsam fühlen und bilden eine Gruppe und tauschen sich über diese Einsamkeit aus. Das sieht man auch hier auf dem Beispiel. Kafka, he is terribly afraid of dying because he hasn't yet lived me. Und dann setzt er sich selbst dazu in Beziehungen. Das ist das Digitale daran. Also Kafka dient hier als Kommunikationsanlass und Kommunikationsmedium. Es geht nicht darum, irgendwie zu zeigen, dass man belesen ist, sondern es geht um diesen Austausch über die Inhalte, die in Kafkas Texten stecken. Ja, und dann möchte ich noch erwähnen, natürlich gibt es auch die Do-it-yourself-Sachen und Leute, die sich austauschen über Kunst machen. Ganz, ganz viel. Hier geht es um Collage bei Laura Isley. Das spielt auch eine große Rolle. Auch da Identität, ganz wichtig, Vernetzung. Man gibt sich gegenseitig Tipps. Man macht Dinge zusammen. Man trifft sich. Man bewundert sich gegenseitig oder kritisiert sich vielleicht auch mal. Auch das ist eine Community im Kunstbereich. Also, ich fasse mal kurz zusammen, weil das wichtige Erkenntnisse sind für die Institutionen. Der persönliche Bezug, die Beziehung zu Thema Gegenstand oder Künstlerin steht im Mittelpunkt. Gleichgesinnte sammeln sich über Identifizierung, also über Identitätspunkte. Fest oder fluide. Fluide kann sein, dass man nur mal kurz, weil irgendwo gerade was auftaucht, mal so teilnimmt. Teilweise sind Leute aber auch über viele Jahre auch in diesen Gruppen. Ich kenne das bei mir von meinen Facebook-Gruppen. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter, wo ich auch schon seit Jahren drin bin und immer mal wieder was reinschreibe. Wenn diese Gruppen sich verstetigen und fest werden, dann entstehen dort feste Bezugspunkte und Einflussfelder, die dann auch wieder rückwirken auf den Kunst- und Kulturbetrieb. Da werden teilweise dann auch irgendwelche Aufträge für Vorträge und sowas verteilt. Wie kann man erfolgreich sein? Also, wie kann ich jetzt als Kulturinstitution, ich möchte jetzt andere Gruppen ansprechen und möchte das auf digitalem Weg tun. Und ich möchte jetzt die großen Kanäle, die es gibt, dafür nutzen, also Social Media. Diese Communities muss man strategisch entwickeln. Also, es ist nicht damit getan, dass man im Prinzip so Ankündigungslogik, wie das im Moment leider noch viele Kulturinstitutionen machen, wir haben jetzt eine neue Ausstellung, da gibt es ein Bild und ein Plakat, das stellen wir auf Instagram, sondern man muss strategisch überlegen, wen möchte ich erreichen, den ich bisher nicht erreiche, was könnte diese Gruppe ansprechen. Und da muss ich auch weggehen von so ganz offensichtlichen Dingen. Da muss ich mich vielleicht auch mal fragen, welches Verhältnis haben die vielleicht zu bestimmten Themen. Ich muss in Kontakt treten mit denen und gut ist, wenn man sie direkt mit einbezieht, also wenn man direkt mit ihnen arbeitet. Also, viele Museen machen jetzt ja zum Beispiel auch schon postkoloniale Ausstellungen mit Kuratoren aus den jeweiligen Regionen und das kann man auch bei der strategischen Entwicklung mit einbeziehen. User-Innen zentriert arbeiten, ein Bedürfnis der User ist wichtig und der Userin nicht, was das Museum loswerden möchte, sondern worüber, bei welcher Motivation sind Leute überhaupt bereit und haben Lust, sich in eine Community einzubringen, kanalspezifisch. Also, TikTok hat andere Anforderungen als Facebook und plattformübergreifend, wenn das gewollt ist. Das ist natürlich immer das Beste, wenn man es ein bisschen breiter machen kann. Dann muss man aber gucken, wen man da genau erreichen will. Gut ist immer, wenn das auf Dauer angelegt ist, weil dann kann man Wirkung erzielen und man kann Reichweiten vergrößern. Ja, das zum Thema digitale Communities bilden. Da gibt es noch ein wahnsinniges Potenzial. Wir glauben, dass dieses Community-Building die Kulturinstitutionen sehr stark verändern wird, dass sie sehr davon profitieren können und es tut sich gerade ganz viel. Wir merken das auch selbst in unseren Projekten. Das ist ein Feld, wo digitales Outreach ganz stark noch wirken und Positives hervorbringen kann. Man kann aber auch Digitales mit analogen verbinden. Das wäre jetzt mein zweiter Schritt, den ich gerne nochmal hier reinbringen würde. Wir haben nämlich selbst diese Erfahrung gemacht, dass es da ganz tolle Möglichkeiten gibt. Und zwar haben wir mit dem Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg, dem MK&G, ein Projekt letztes Jahr gemacht. Das hieß MK&G Goes TikTok. Und das hatte zwei Schritte. Der erste Schritt war, wir haben Menschen ins Museum reingeholt. Das waren in dem Fall Jugendliche, die sonst nicht dorthin gingen. Das MK&G steht in Hamburg direkt am Bahnhof, am Hauptbahnhof. Und da ist dann der Stadtteil St. Georg. Der ist auch so ein bisschen verrufen, viel so ein Drogenumschlagplatz und ja, jetzt nicht irgendwie fein und bürgerlich. Und da gibt es ein Jugendzentrum, das heißt Schorsch. Und dieses Jugendzentrum hat seine Leute, also seine Jugendlichen angesprochen. Und hat gesagt, habt ihr Lust für drei Tage ins Museum, ins MK&G, viele zum ersten Mal. Ihr dürft euch in der Sammlung umsehen. Ihr habt überall Zugang, drei Tage lang. Ihr kriegt auch alle Infos, die ihr haben wollt. Und dann gibt es einen Workshop mit Leuten, mit InfluencerInnen, die auf TikTok aktiv sind und bekannt sind. Die haben wir dann ausgewählt und haben die zusammengebracht mit den Jugendlichen. Und dann produziert ihr Filme. Und das MK&G macht einen TikTok-Kanal, wo diese Filme dann gezeigt werden. Und das strahlt dann wieder nach außen. Das ist der zweite Schritt. Also ich hole mir Leute rein. Die spiegeln eigentlich meine Sammlung, tragen das wieder nach außen. Und da beginnt eigentlich dann die Vernetzung mit der digitalen Communities. Das Ganze wurde unterstützt von der Stiftung Kulturglück. Ja, das waren ganz tolle Tage. Wir waren da alle so an einigen Zeitfenstern jeweils beteiligt. Also hier ist die Genie, die eine Influencerin, die steht in der Mitte mit dem schwarzen Shirt. Die war sehr lebendig. Und es war eine unglaubliche euphorische Stimmung. Diese Gruppen haben das Museum richtig erobert. Die haben auch Einführungen bekommen. Also das sind ja vor allem Sammlungen, die zurückgehen bis in die Antike dort. Also Gegenstände aus dem Alltag, Möbel, Kleidung, Kunstbewerbe. Und das haben die sich ganz frisch und ohne irgendwelche Scheu anschauen können. Es war eine tolle Stimmung. Dann haben sie sofort und sehr schnell eigene Ideen entwickelt. Hier auch ein Influencer, der hieß Jeho, der kam aus Düsseldorf. Und der hat dann zum Beispiel ein Video gedreht darüber, die verschiedenen Arten von Museumsgängern. Also der, der mal alles anfassen will. Der Schlaumeier, der Paparazzo und solche Geschichten. Das war ein sehr schönes Video. Und die Räume wurden sehr stark wahrgenommen. Wir haben immer gedacht, die würden sich auf die Objekte stürzen. In Wirklichkeit haben sie sich vor allem für die Räume interessiert. Und dann haben wir und auch die Kuratoren haben uns hinterher erzählt, dass sie die Räume jetzt auch anders sehen, weil sie gemerkt haben, dass die Jugendlichen da einen ganz anderen Zugang hatten. Dass die die anders inszeniert haben. Und teilweise zum Beispiel im Treppenhaus ging es dann darum, dass man da gut runterrutschen kann. Und dass man einfach das Museum nochmal anders erlebt hat. Und das hat wiederum das Museum verändert in diesem kleinen Bereich. Also diese Vorführung am letzten Tag. Wir hatten dann ein Screening im Museum selbst mit den Jugendlichen, mit den Leuten aus dem Museum und noch Leuten, die dazukamen. Es war eine ganz fantastische Stimmung. Achso, nein, es war ein Schritt zu viel. Wir arbeiten gerade an einem ähnlichen Projekt nochmal für den WDR. Und ich glaube, dass diese Mischung aus analog und digital sehr gut funktionieren kann. Man sollte dann aber auch an dem digitalen Kanal weiterarbeiten. Es ist gut, wenn da weiteres passiert, wenn man das immer wieder fortführt. Weil da kann sich einfach so eine Quelle bilden für bestimmte Zugänge und Sichtweisen. Und da kann man auch Gruppen reinholen und den Kanal weiter ausbauen und nutzen. Und insofern ist dieses Spiegelprinzip, glaube ich, sehr, sehr interessant und hilfreich. So, jetzt kommen wir noch zum dritten Schritt. Mit dem würde ich nur ganz kurz erwähnen. Ich glaube, da kann sich jeder mal umschauen. Da gibt es eine tolle Webseite, nextmuseum.io. Also den nächsten Schritt zu gehen wäre ja, dass die Leute nicht nur die Sammlung anschauen und Videos drehen oder Communities bilden, sondern dass sie selber Ausstellungen kuratieren. Auch das gibt es schon. Das war ein Projekt, das von der Bundeskulturstiftung gefördert wurde. Da war beteiligt das NRW-Forum in Düsseldorf und das Stadtmuseum Ulm. Ich war da jetzt ganz aktuell nochmal auf der Webseite. Jetzt gerade läuft da ein Open Call für die Ausstellung Exzellente Fußarbeit, Ballett und Fußball. Die wird zu sehen sein in Düsseldorf im Theatermuseum. Kann man noch bis morgen Kunstwerke einreichen. Die Maske sieht dann so aus. Also ich kann da einen Titel reinschreiben, einen Berg hochladen, also eine Abbildung und auch schon den Kuratorentext. Es gibt dann allerdings vom Museum noch einen Kurator, der das dann nochmal ordnet. Es gibt auch in der Schwarmkuration auch digitale Ansätze, wie man das insgesamt als Gruppe macht. Ich glaube, das ist ein sehr interessanter Bereich, der auch was mit Outreach zu tun hat, weil ich erlebe ja dann am Ende tatsächlich die Produktion von diversen Gruppen, für diverse Gruppen. Zurück zum Anfang, zurück zu den bedeutungsvollen Objekten und zur Diversität. Ganz links sehen wir ein Kreuz, ein Kuzifix. Das bedeutet für uns, ich bin katholisch erzogen worden, ganz direkt, biografisch ganz viel. Und es gibt sicherlich auch Leute aus anderen Kulturkreisen, die sich für diese Bedeutung interessieren. Und das können sie dann in unserem Museum finden. Der Buddha in der Mitte hier, der kommt aus Afghanistan, der hat eine neue Karriere gemacht in Europa. Viele Leute meditieren oder machen Yoga und haben sich mit Indien und mit buddhistischen und hinduistischen Techniken beschäftigt. Da gibt es also auch einen Bezug. Und ganz rechts die Maske aus Afrika. Das ist in dem Fall ein Museum in den USA, wo ich das gefunden habe. Da gibt es eine große Debatte über die Kolonialzeit, dass die dort einfach teilweise mitgenommen wurden und dass wir, dass wir in Anführungszeichen, das da einfach rausgeholt haben und vollkommen entkontextualisiert als Völkerschau bei uns in den Museen gezeigt haben. Diese drei Symbole, religiöse Symbole, Religionen lösen so starke Gefühle aus, deswegen habe ich das ausgewählt, können ganz kurz ganz viel darüber aussagen, was Diversität bedeutet. Ich habe zu der afrikanischen Maske ein völlig anderes Verhältnis als zu dem Christus. Und es wäre gut, wenn wir schon diese Objekte in unseren Museen haben, dass dann auch die Menschen kommen, die zu diesen Objekten gehören. Sowohl, weil es ihre Objekte sind, zu denen sie aus ihrer Kultur eine Beziehung haben, als auch, weil es natürlich auch noch andere gibt, für die sie sich interessieren. Also es ist dringend geboten, dass sich diese weiße deutsche Bildungsbürgersicht einfach auflöst und durch eine Multiperspektive ersetzt wird. Und wir glauben eben, dass die digitalen Medien das nicht nur vorbereiten können, sondern dass sie in ihrer Austauschsensibilität die idealen Medien dafür sind, diese Multiperspektive auch zu verankern. Ich habe es jetzt nur mal als Beispiel religiös und kulturell Hintergrund. Das Gleiche gilt für Kinder und alte Leute. Das Gleiche gilt für alle Formen von Diversität, die wir bereits angesprochen haben. Digital Outreach. Nochmal eine Definition zum vielleicht weiter Diskutieren. Wäre aus unserer Sicht die unterschiedlichen, aus ihren Hintergründen resultierenden Beziehungen, die Menschen zu Objekten haben, ernst zu nehmen. Das ist ganz wichtig. Also sich immer wieder Gedanken zu machen, wie denn überhaupt Personen zu Objekten stehen und stehen können. Über diversere digitale Communities und kombinierte Formate, wie zum Beispiel analog und digital Wissen, darüber aus dem Museum herauszutragen und auch ins Museum hineinzutragen. Das ist ganz wichtig. Wir reden ja im Moment viel darüber, welche Formen von Wissen sind unterdrückt. Die können zurückkommen ins Museum oder die können überhaupt erst mal im Museum ankommen. Und damit auch die Organisation von innen verändern. Das ist dann das Thema Transformation in Richtung geteilten, vielfältigen Wissens und digitaler Öffentlichkeit. Das wäre so eine Art Sum-up für diesen Vortrag. Ich möchte jetzt zum Abschluss nur noch eine Sache sagen, die ich schon mal angedeutet habe. Ich habe ja diese Milchtüte gesehen. Das hat mich sehr bewegt aus sentimentalen Gründen. Ich habe den Velazris gesehen. Das hat mich bewegt. Vergessen Sie nicht. Vergesst nicht die Gefühle, die Dinge auslösen. Die Beziehung, die man zu Objekten hat, ist oft sehr emotional. Can you feel it? Ist ein wahnsinnig wichtiges Motto für die Communities und für den Kontakt mit Menschen, die im Museum Interesse, die am Museum Interesse haben oder haben sollen. Nicht vergessen, can you feel it? Ist super, super wichtig. Ich glaube, dass wir eigentlich vor einer riesigen Veränderung stehen, auch durch die digitalen Medien. Das Museum wird sich sehr, sehr stark verändern. Wir sind gerade dabei, eigentlich das Museum des 21. Jahrhunderts zu bauen. Wir können da jetzt alle Teil von sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.